Wolf, ich bin der, ich bin Fahrer. Bin gut im Fahren. Okay, dann übernehme ich den Rest. Bitte, Rutz, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein Fehler ist. Beim Fahren, setz kurz ab, hol ein bisschen was von dem Mehl noch mit. Mach ich. Schönen guten Tag. Ich fahr nicht. Gut, doch. Bring uns rüber. So, ihr braucht einmal Fleisch, oder? Und Karotte. Nein. Das später. Einmal rüber. Ist in Ordnung. Rutz zurück. Zurück, zurück, zurück. Nicht fahren. Wenn ich sag... Ich dachte, du meintest mich. Ich sag dir, wenn du fahren darfst. Und wohin? Ich weiß, wohin ich fahren will. Kurz fahren. Ab geht's. Ab geht's, auf geht's. Drei Tage. Super. Komm her. Lass das erstmal da liegen, weil das brauchen wir noch nicht. Fahr uns rüber. Beziehungsweise. Ich bin eingeparkt worden. Kann nicht. Lisa. Nimm die Teller. Nimm den Teller in die Hand und mach's mit dem Teller da drauf. Das ist schöner. Kann ich dran? Bitte. Ist okay. Zweimal Karotte, bitte. Einmal du zuerst. Das war zwar die falsche Karotte, aber okay. Das ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Okay. Klasse. Dann... Jetzt ist fertig. Wir brauchen's neben dran. Genau. Bring... Wir bräuchten auch die Teller. Könnt ihr... Warten zur Seite. Einfach hinlegen. Okay. Ihr kümmert euch um alles. Ihr habt die eine Suppe vergessen. Eine Suppe? Wo standen die? Ach, da unten. Ich glaub, das raten wir einfach noch mal neu. Oh Gott. Koto, du weißt Bescheid? Ja. Du kennst die Routine. Ja. Du kriegst drei Mail. Und hier wieder am Anfang. Du willst nur einen Schlimm machen. Ich mach erstmal nur... Ich kann auch während die noch schneiden, den zweiten Schlimm... ganz sagen deswegen war über auch der was fleisch ja in den letzten auch mail packen komme ich packte auch mehr rein den können wir also fertig machen wir haben wir dann einfach nur neben den einstellst aber nur nebendran wenn du wenn du siehst hört dass du eigentlich gleich mal fleisch holen können aber geht ja stimmt mal da habe ich jetzt das vollkommen recht ich mache mehl du machst schlimm haben sie ihre aufgaben ihr habt den falschen mit fahrer ja ich habe es aber noch eingekriegt ja ich bin aber beide gefallen ist kein problem fahr uns wieder hoch die eigene schüssel ist zum glück fertig ja die dürfen wir aber nebendran stellen erst mal mache ich bin unterwegs hat man zur seite gleich ja auch gleich bei uns zu den tellern einmal zur spüle betont er hat so eine leichte leichte verzögerung in der lenkung alles klar ja die macht erstmal noch ein locken wenn ihr noch ein stücken rüber vater der wolf besser an die teller zu gucken na jetzt nicht mehr was okay wir wollen dass man darüber ja wir haben ja noch zwei schüssel fertig was brauchen wir denn karotten wir haben ja wir haben ja ich hab schon gesehen ich hab schon gesehen so warte lasst aber erstmal da nehmt euch schnell und fahr uns zurück ich bin unterwegs ich sehe es fast perfekt danke dir wir mailen so wir fahren zurück legt drauf fast fahr ich kann nicht fahren ich kann auch nicht fahren ja aber ray kann fahren so wir brauchen einmal schrimpf und was muss der andere sein der eine teller ist eigentlich haben wir aber kein fleisch okay dann müssen wir noch mal warten bis die uns das zeug geben ich kann aber schon mal mehl vorbereiten das kannst du schon mal machen und wir bauen dann die teller wieder das fleisch kam nicht an warte mal fahr mal fahr mal über siehutz ne 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 hier das geht sonst das brennt gleich an wir müssen müssen jetzt einmal so machen okay ich bin unterwegs teller teller wichtig was auch immer das grad war ist egal teller teller wichtig fühlen hey fahr rüber ich sag wir wollen es noch einer ist okay ist egal wir brauchen jede punkte grad wir arbeiten dran wir haben immer noch kein fleisch schmeißt du uns ein fleisch her ich mach jetzt einfach eine karotte fertig so otto ne wir müssen wirklich wir müssen noch hier warten nehm die runter nehm das lass es fallen ich hab's versucht das wollte nicht wir kommen zu euch wir brauchen teller liegen hier da ich bring sie euch rüber ne das war's nicht muss noch routinierter werden aber wir werden besser gefühlt ja das problem ist wir haben beim ersten wir müssen an die teller denken ich hab an die teller nicht gedacht beim ersten und beim zweiten Mal alles klar kein problem ich muss auch von euch das zeug beim beim tausch holen wenn ihr die schlüsseln macht da hat uns recht so wieder da was hab ich verpasst koordination toll aber wait bei dir war es eigentlich okay und keiner möchte was sagen richtig nein bei dir war das okay ja bei dir war okay das waren mehr sachen die bisa machen muss und die ich machen muss genau okay das heißt so mangelwertig bis hin zu krassen hörst du auf das mehl zu nehmen nein war ich nicht wir brauchen gerade keinen schrimp ist egal schneid zwei von mir aus lass es auf dem brettchen liegen wenn du es nicht brauchst nein ich nehm dir jetzt mit jetzt wolltest du so Fleisch danke dir EEL 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 warum macht ihr das Schrimp da drin mit weil ihr ihn reingeworfen habt nein ich hab eine Karotte wohl es war noch gar kein Schrimp drin der liegt daneben das sah so aus das sah so aus alles gut der liegt nur daneben er schrimmt und zugenäht bis die fertig sind können wir noch ein nein 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 warte 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 gering zurück runter ok zurück wir müssen gar nicht fahren wir fahren warte nimm dir die Zutaten die du brauchst ihr werdet das schon mitbekommen nicht wahr ja ist ja egal wir kriegen das schon mit keine sorge bin mir sicher Leute, eure Schüssel wir fangen nochmal neu an das war zu unkondiniert Lisa, was willst du dafür wenn wir unten einfach immer parken, wenn wir nichts zu tun haben ja, ich hab dich hier eben schon Ray, ich hab dich schon verstanden merke ich aber es macht eine andere Geschichte wo du es gerade eben gesagt hast in der Runde das war das zweite Mal, dass ich das gesagt habe, war lieb von dir so und irgendwie ist mein Controller gerade so, wir brauchen einmal Fleisch von euch könnt ihr mir das kurz mal hochwerfen danke sehr und wir brauchen einmal Karotte Ray wir brauchen zweimal Karotte mach einfach gleich zwei mach es einfach gleich fertig nur einmal lassen wir da stehen ähm, leg einmal Fleisch wieder zurück sonst haben wir zu viel Zeug hier liegen wir kommen runter so, die nächsten zwei sind schröben also brauchen wir erstmal gar keine Zutaten von euch ja, ich hab schon mal ein Fleisch mitgenommen das kann ich nebendran legen auch schüsseln schüsseln einfach, ja dringend genau einfach ablegen irgendwo ist wurscht nehmen sie ich mehle schon mal eins wieder ja äh, das war fertig dann brauchen wir das Schrimm und Schrimm und Schrimm und Schrimm und Schrimm kippa Fleisch Karotte das nehmen wir wieder mit wir nehmen es einfach mal zusammen mit hier so äh, halt, 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 halt eins mit runter nehmen eins mit runter nehmen ey, wir haben genügend Zutaten so, rollt euch das Ding wir haben was wir brauchen wir brauchen ein Fleisch und ein Schrimm ja, ja, haben wir dann gehen wir zum Spülen genau äh, fahrt mal zur Seite ein Feld ist okay macht macht einfach uns holt holt Mehl passt schon ich bin am Mehl run nehm die Schrimm noch nehm die Schrimm noch nehm die Schrimm fantastisch die brauchen wir beide ja, dann macht ihr denn jetzt da oben bei uns weiß ich nicht ich lass einmal Mehl hier ich lass einmal Schrimm da drüben ne, das ist ein Teller den will ich nicht so wir fahren wieder gut kommt es euch runter gebt uns die Teller kurz egal, wir müssen wieder hoch da kommen wieder zu euch runter nehmt euch was ihr braucht ihr könnt es auch später rein machen wenn es nein egal, ihr habt noch einen Schrimm passt wir machen einfach eine neue Schüssel ist in Ordnung kein Problem alles ne, wir müssen spielen, 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 spielen ist wichtiger alles klar ist ok alles gut Wolf wir leben noch ja ja das macht dir nix draus holt ihr den Teller ich schmeiße euch ich fahr einfach mit kurz du machst das ich komme so rüber zu dir alles gut alles gut ich nehme den einen Schrimm noch den brauche ich nämlich den nehme ich hier noch einen Schrimm kann man noch drüben legen schmeiß mal ein Fleisch hoch alles gut eins hat gleich Fleisch Frimm wo ist das Ding mit Schrimm so Schrimm haben wir noch hier machen wir noch einen mit Mehl Karotte und was wollen wir da rein ich hab keine Ahnung was wir reinhauen machen wir Fleisch rein von mir aus so neu eigentlich sollte die Karotte rein aber ist wurscht egal mal runter nee so nicht es klappt nie nee nee tut's nicht liebe Leute woran hängt's wo ist unser Fehler jetzt sagt nicht vor dem Bildschirm doch genau da ich bin vor dem Bildschirm Hörn sie doch auf immer mein Mehl zu klauen ich brauch doch auch was zu tun nein nehmen sie gleich mit die Schrimms es ist unser Mehl los Kommunismus nein auch einmal Fleisch Fleisch ich mehle alles der Mehl ist gleich mal ne Karotte hoch wenn er grad nix holt wir hätten gerne Möhre sehr schön auf dem Brettchen liegen lassen einfach ok perfekt so ich stells grad mal nebendran fahr wir fahren dann hol dir schon mal Fleisch und Möhre dann hol dir schon mal Fleisch und Möhre wir fahren wieder weg ich hol wieder Mehl du kannst wieder eine Garnele schneiden ihr kriegt eure Töse danke sehr macht euch vom Acker wir fahren wieder Fleisch und Ganele deine Möhre ist jetzt unnötig fertig deine Möhre ist jetzt unnötig fertig ja ist egal dann nehm die die eine Möhre einfach weg ne die wir brauchen sowieso danach Schrimp und Möhre dann haben wir dafür die Möhre fertig gut wo wollt ihr hin ah ihr wollt euch die Teller noch mitgeben gut genau dann hol dir Möhre ne Möhre brauchen wir nicht bring uns einfach hoch dann passt schon wir brauchen nämlich nur Schrimp und Schrimp und Möhre daher passt das wartet einfach neben uns da passt ihr rein ja mein Spiel sagt nein nehmt euch gleich nen Teller mit fällt einfach da hin und fahr uns zum Mehl bin dabei nicht runter stellen genau ein Möhre will ich noch und ich will einige eine Garneule bauen Möhre Fleisch die hab ich noch die Möhre ist schon fertig was braucht ihr Möhre Möhre wo sind die jetzt hin ich krieg ihn nicht ich krieg die Möhre nicht warte ich hab die Möhre da hinten hingelaufen ja das passt schon äh 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 so Möhre da rein lässt du das da Wolf Leute äh holt doch einfach so Fahr Fahr wir brauchen die Teller wir brauchen die Teller ja das war jetzt ich hab nicht gesehen dass du es in der Hand gehalten hast Park neben uns ein danke weg geht geht mit Gott aber geht wir fahren gleich wieder wir fahren gleich wieder oh schon schon Paneele Möhre ne komm mal ganz der Rack Mist warte mal es fehlt ihr wieder fehlt Fleisch bitte das ist schon die nächste Ladung kommt eins rüber dann können wir die Teller wieder kriegen Wolf ich muss leider fahren ja dann gibt Gummi gibt zurück bring mich zu den Tellern bring mich ins Reich der Teller wir haben da unten noch einen ja der muss euch reichen wir haben was wir brauchen bist du hier hingepackt ja ich musste den einen Teller noch abreichen dann stell sie hin ach shit so schade neun Punkte aber knapp naja fast aber nicht ganz neun 49 aber ja okay aber das geht langsam kriegen wir es langsam aber steht es ja es ist es ist wirklich es liegt viel am fahren ja ich versuch Wolf ich versuch uns beide mal zu koordinieren also auf alle vier koordinieren kriege ich nicht horchen sie auf meinen auf mein Gebelle alles klar sei froh dass ich um andere dann ist jetzt gemutet ok Ray das ist nicht unbedingt Teamwork was du da machst weiß nicht was du meinst ich nicht mich fühlen angesprochen der eine beißte den Controller und die andere will mich muten ja das ist irgendwie nicht nicht Teamwork ganz knapp vor dem Klauch wirst du sagen warte wir ich konniere das jetzt schmeißt uns mal ne Karotte zu wir nehmen auch zwei ist kein Problem wir nehmen auch noch Fleisch 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 kommt rechts rein so wir fahren ja deswegen habe ich es gerade rausgenommen dass die da in Ruhe abholen können du kannst hier schon wieder ne eigentlich brauchen wir gar nicht rüber rüber so bring uns nehmen sie mit die brauchen wir aber erstmal nicht wir haben drüben schon noch eine liegen ah ok dann passt hier kriegst du Mehl von mir und nochmal Mehl von mir warte äh Möhre so äh was was da muss noch ne Karotte rein so Karotte für die Zukunft so packt euch mal gut ein der Hammer bring uns rüber wir kommen so okay ihr müsst jetzt fahren ich habe so geparkt dass ihr dass ihr reinkommt in die Lücke mhm ja ich weiß größere Stimmen sagen Frauenparkplatz willst du was? so wir nehmen wieder Mehl ich überleg nicht ich nehme oben die Teller bist du bereit? ja allzeit bereit so hier hast du noch Mehl danke ne Fleisch haben wir genug wir haben alles genug so das nächste ist Karotte und dann kommt Fleisch ne so jetzt kannst du ja und die Gärnele runternehmen und weiter geht nein 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 lass aufm so wir kommen ihr habt das die Teller nicht durchgegeben das ist kein Problem die nehme ich gut so jetzt das war wunderschön eingeparkt dieser einmal bitte Teller holen noch ein Teller hier bitte nehmt euch den anderen egal ist bei euch angekommen passt jetzt kommen wir uns nein wir fahren wieder rüber wir brauchen eine Garnele glaube ich ne wir haben noch eine Garnele alles gut ich bemehle dich wieder ja danke sehr wo sind wir denn stehen geblieben bei äh wir brauchen jetzt wir sind jetzt aktuell ok dann brauchen wir eine Karotte und das Fleisch kannst du auch gleich reinschmeißen so und du tust laden so einmal Fleisch kommt noch zu euch ok äh die Garneule ach die Garneule ist fertig Garneule ist fertig dann runter und rüber und wir fahren wir fahren wieder alles gut rüber das war ein Teller da ist ein Teller du musst spülen unter mir sind sie sorry meins packt ein stellt hin macht Sachen nehmt euch ein Teller mit ist ok geht mit Gott aber geht klar echt zuerst juhu ne ist noch nicht fertig darf nur nicht fertig ihr kriegt noch einmal Fleisch es reicht nicht mach runter ich glaube ich bin unterwegs es reicht nicht ne das wird ne das wird das wird nicht mehr fertig nimm den Teller nimm den Teller ah verdammt er warnt so knapp wir hatten mal ganz kurz die 600 beschnuppert ja wird eng wird eng aber ein bisschen länger den Bonus halten es geht schwer ich weiß es geht schwer das ist ein ekliges Level wir müssen noch schneller werden ey jesus nah aber wir haben das relativ gut mit dem schneiden hinbekommen weil gut Entschuldigung alles gut so rüber bin unterwegs so schmeißt jetzt mal Fleisch hoch und am besten gleich noch ein zweites hinterher oh sorry ich bin außerdem an den Knopf gekommen egal ich ich bestücke Fleisch und Möhre ne nicht Möhre Garnele wir fangen nochmal neu an wir hatten so schön geschnitten ja es tut mir leid aber Hudson hat jetzt die Möhre statt der Garnele reingeschmissen ne ich hätte zweimal Fleisch machen müssen zweimal Fleisch war schon drin die Garnele hat gefehlt ah ok einmal Fleisch bitte und einmal Karotte alles gut so aktuell los ne lass es auf dem Brettchen lass es auf dem Brettchen ansonsten müllen wir uns hier unsere Ablage zu oh la ich hätte es uns auch mal nehmen also das wollte klar nein 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 ja weil das ich habe es bloß runter genommen weil es gebrannt hat sonst ich bring euch das andere grad mal mit rüber rüber keine Pause kein Rest für den Wacken kein Rest für den Wacken ok wir machen nochmal neu das war wieder unkoordiniert wir dürfen hier kein wir sind Kevin Level wir dürfen keine Schwäche zeigen ja Kevin riecht Angst ich wurde Fleisch zu einer Garnele gepackt oh verstehe ja Kevin riecht unsere Angst und unsere Unfähigkeit und von letztem Mal haben wir sehr viel was wolltest du sagen ich habe das von der Angst was hast du mit mir du wolltest irgendwas anfangen zu sagen ich wollte vor allem dem Wolf zum Wolf was sagen und zwar nehm doch bitte das was als erstes fertig ist auch als erstes runter ich muss aber gucken das was als erstes hier fertig ist so Karoffe und das steht ich ok wir fahren wenn ihr uns den ganz außen freilassen würdet wäre cool dann müsst ihr nämlich nicht so weit laufen ne den ganz außen freilassen würdet also den wo wir andocken dann können wir euch ja perfekt genau genau der weil dann tun wir das nämlich auch versuchen dass ihr da immer den Ding machen könnt ich weiß nicht ich habe keine Karotte mitgenommen wenn ihr uns grad mal ne Karotte zuschmeißen na klar danke sehr was muss ich ins andere ne Garnele ne Garnele äh bringst du dies runter dann stell ich das nebendran wo ist der hin nö Menno nein tust du nicht ähm alle mal ein Stück nach links ein Stück nach links ein Stück nach links ok ihr habt die Teller vergessen ja genau dasselbe kann eure Angst riechen nur Kevin Kevin macht das seit die Office hat er nichts mehr zu tun deswegen macht er das das Haus ave einste n könig weil das ist key wie Wir müssen runter. Ja, ich kümmere mich dann den anderen. Ich kümmere dich immer ein. Weil du holst das eine und einer von euch holt... Bringt... Ist egal. Setz ab und... Fahr. Ob ich lebe oder sterbe, ist egal. Genau. Einmal Garnele ist fertig, dann brauchen wir ein Fleisch. Ne, das ist blöd da oben. Muss ich gar nicht mitnehmen. Deutsch da. Ja. Ich habe vergessen, dass ich... dass ihr mit zu uns hoch müsst. Wir können auch zu euch runter. Das ist kein Problem, wenn ihr sagt, ihr wollt... Wir sollen zu euch runter. Wir haben ja nichts. Ich weiß jetzt, was habe ich mich vergriffen. Ich finde es da oben mit diesen... in dieser Position des Freilassen bei uns. Bring uns rüber. Negativ, ja. Ich kümmere mich schon drüber. Ja, dann mach das nicht. Zwei Karotten und ein Fleisch, bitte. Oder... Oder Ray muss eben dann beide reinlegen. Oder Ray muss beide reinlegen. Oder Ray muss beide reinlegen. Ich bring das linke runter, ich bring das rechte runter und das andere stelle ich vom Herd. Okay, fahr. Sorry. Ich bring euch das rüber. So. Gib Gas. Aber hättest du nicht... Nee, die nächsten Kanälen, okay. Richtig. Verstehung. Und eine Karotte, die haben wir. Okay, passt. Egal. Wer tot ist, ist tot. Wir haben keine Zeit für Schwäche. Stellst du das bitte? Achso, das habe ich. Das bist du. Entschuldigung. Ein, zwei. Die eine Karotte habe ich auch falsch gemacht. Aber ist egal, die bleibt jetzt da. So, die Teller habe ich. Wir fahren. Okay. Ich hole dann bei dem Rückweg die Sachen. Wir fahren. Wolle ich gleich eins rüber und... So, ihr müsst euch die Teller selber holen. Ich muss nämlich gerade ein Fleisch von euch nehmen. Wir müssen Garnele mitnehmen. Ich nehme wieder Mehl. Okay, fahr. Möhre, Garnele. Fleisch nimmt... Okay. Dann lege ich es nur drauf. Dann plop, plop. Teller. Dann, wenn ihr es fertig habt, fahrt runter. Nimmst du das eine, ich nehme das andere wieder. Ja. Deins ist das erste, deswegen... Ich bringe euch das andere. Dann muss ich gleich eine Karotte und plötzlich ein Fleisch nochmal holen. Äh... Kein Problem. Egal. Ich kümmere mich drum. Ich komme einfach rüber, ich schmeiße es zu uns und dann sterbe ich. Das ist die perfekte Kombination. Weil du brauchst mich da in dem Moment nicht lebend. Ist okay. Okay. So, das war fertig. Dein Möhre haben wir ja eh fertig, ja. Wir brauchen eine Garneule als nächstes. Ja. Du nimmst das, ich nehme das andere. Okay. Ich bin unterwegs. Okay. Wir fahren wieder zum Spielen. Du musst auch spielen. Ja, er freut mich gerade nicht. Das ist ganz hoch. Ey! Wolf! Entschuldigung! Das ist nicht unser Teil. Der wächst mit dieser Scheiße ab. Wieser, bleib ruhig. Es ist immer noch nur ein Spiel. Ihr seid nicht ganz am Boden. Ihr brennt gleich. Und Neustart! Das war es leider mit dem Part. Ähm, ja. Er ist leider vorbei. Aber es wird mehr geben. Ihr lasst jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Overcooked 2. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.